Hallöchen! Die Videoqualität ist ja der Hammer. Naja, ich habe mir gedacht, ich filme heute einfach mal. Ich habe ein paar Sachen vor heute und habe gedacht, löschen kann ich immer noch. Also mal gucken, ob ich überhaupt da ein Video draus mache. Vielleicht auch nicht, vielleicht lösche ich es auch alles wieder, aber ich habe einfach Lust zu filmen. Ja, ich hoffe ihr habt alle einen schönen Tag und ich mache mir jetzt was zum Essen. Frühstück! 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 Ich glaube, mein Speicherplatz ist voll, weil mein Handy immer abgebrochen hat, zu filmen. Egal, ich glaube, jetzt geht es besser. Also, ich mache normalerweise gerne auch ein bisschen Obst rein, also zum Beispiel mache ich Apfel ganz klein in winzige Stückchen und mische es dann unter den Teig oder ein bisschen Banane, die kann man ja auch dann zermanschen. Oder klein püriertes Obst, schmeckt auch ganz gut. Also, denke ich, das habe ich, glaube ich, noch nie probiert, aber habe ich auf jeden Fall vor. Ich bin so so müde. Mein nächster Plan ist, ein Video anzufangen, in dem ich für zwei Wochen lang jeden Tag so ein Mini-Workout, also einfach ein paar Übungen mache. Und ja, da habe ich eigentlich heute vor, Tag 1 zu machen. Die Yogamatte liegt schon bereit und das Stativ. Was ist? Vielen Dank. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem kleinen Hügel, weil ich versuche nur die Stütten zu fahren. Naja, also auf so eine Dingsbums. Also nicht wirklich Stütten fahren. Aber letztes Jahr habe ich es jetzt auch probiert. Und da hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich glaube, der Hügel ist eigentlich zu flach. Aber ich probiere es jetzt nochmal. Juhu. Ich bin da. Ich weiß, ich habe nicht wirklich die passenden Sachen an. Ist da jetzt schon Schnee? Oh Gott. Ich merke schon, dass ich mit der Jeans eine falsche Entscheidung getroffen habe. Aber ich habe meine Schneehose nicht gefunden. Und ich hatte keine Lust zu suchen. Ich glaube, von da oben geht es am besten. Aber ich habe nicht wirklich Lust, ganz da hoch zu laufen. Oh, es ist schön hier. Ich freue mich so. Yay. Schnee. So cool. Endlich. Okay. Es war auf jeden Fall eine dumme Idee, Jeans anzusitzen. Oh, ich habe noch was drunter. Wie mache ich das jetzt? Vielleicht so. Oh mein Gott. Und ich halte an. Ich habe überall Schnee in der Hose. Okay. Boah. Einmal. Hier ist voll matschig. Los geht's. Und ich stecke dir im Schnee. Schnell raus. Okay, noch bin ich trocken. Einigermaßen. Ich glaube, ich gehe noch zu einem anderen Hügel. Der ist ein bisschen weiter weg, aber ich denke, ich muss den kriegen zu laufen. Oh, der Unterschied Schnee, Matsch. Voll lustig. Von da oben bin ich glaube ich nie gestartet, aber haben viele auch gemacht. Und dann sind gerade Kinder. Da geht's dann so richtig runter. Oh, die fahren das richtig matschig. Aber auch gut benutzt. Das ist voll cool. Das ist cool. Das ist sehr süß. Es ist so schön. Okay, ich hab genug für heute. So schön. Ich weiß gar nicht, ob man so auf dem Video überhaupt sehen kann, wie schön es eigentlich ist. Ach nö, 15% Akku. Egal, trotzdem ist es schön. Ich glaube, ich habe jetzt den perfekten Ort gefunden zum Filmen unter einem Baum. Hier ist es echt ganz nett. Ja, was wollte ich denn eigentlich alles reden? Es ist so schön hier. Ich komme viel zu selten raus, oh Mann. Ich muss einfach mehr, einfach rausgehen. Es ist so schön. Vorher an dem Hang, also ich war ja hier an dem Hügel und bin, glaube ich, zweimal gerutscht oder sowas. Ich merke gerade, dass unter einem Baum zu sitzen, wenn er voll mit Schnee ist, doch nicht so eine gute Idee ist. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020